Im nächsten Video soll es jetzt um das Skalarprodukt und den Winkel gehen, das heißt diesen Zusammenhang. Schauen wir uns nochmal an, wie das Skalarprodukt definiert ist. Das Skalarprodukt von Vektoren A und B ist genau das gleiche, wie wenn wir die Längen der beiden Vektoren miteinander multiplizieren, mal Cosinus vom Winkel Phi, also den die beiden Vektoren einschließen. Das können wir jetzt einfach nach Cosinus von Phi umformen. Und können somit recht einfach den Winkel bestimmen. Das heißt, wir nehmen hier das Skalarprodukt von Vektoren A und B und teilen es durch die Längen von den beiden Vektoren miteinander multipliziert. Ein kleines Beispiel dazu. Wir haben die Vektoren A und B gegeben und wir wollen jetzt hier den Winkel zwischen den beiden Vektoren, also das ist jetzt nur exemplarisch dargestellt, A und B, die Vektoren A und B und hier diesen Winkel, den wollen wir ausrechnen. Wir müssen jetzt wissen, die Formel von eben und das Skalarprodukt, das Skalarprodukt rechnen wir so aus. Also einfach nur die Multiplikation von den einzelnen Koordinaten. Das heißt, für Vektor A und B und mit dem Skalarprodukt müssen wir jetzt einfach mal die Vektoren hinschreiben und die Länge rechnen wir aus, indem wir die Wurzel von den Quadraten der einzelnen Koordinaten nehmen. Wenn wir uns das jetzt mal genauer anschauen, dann können wir sehen, hier rechnen wir 2 mal minus 3 mal minus 3 mal 2 und 2 mal 6. Und diese Ergebnisse addieren wir alle. Das heißt, 2 mal minus 3 ist minus 6 plus minus 3 mal 2 ist auch minus 6 plus 2 mal 6 ist 12. So, unten haben wir dann Wurzel von 4 plus 9 plus 4, das heißt insgesamt Wurzel 17. Und hier Wurzel von 9 plus 4 plus 36, also insgesamt Wurzel 49 oder auch 7. Und dass da oben 0 rauskommt, wird das ganze Ding 0, also als Ergebnis 0. Jetzt können wir für den Winkel Phi den Kosinus hoch minus 1 nehmen, also den Inversen Kosinus, und erhalten dann für den Winkel 90 Grad. Das heißt, hiermit können wir sehr einfach den Winkel bestimmen.